rot-schön-berg tiefstes sachsen am ende einer sackgasse liegt dieser bahnübergang mitten im nirgendwo gucken wir gleich anlaufen dahinter nur noch ein berg mit einem haus hier verläuft die einzige zufahrt für familie winkler von ihrer terrasse aus haben sie die schranke immer im blick denn es zählte jede sekunde was schon passiert ist wir sind in der mitte vom berg und die schranke geht zu so wie jetzt es ist wieder einer dieser dienstagmorgende 11 uhr 44 jetzt ist erstmal die schranke runter nun müssen wir warten bis der zukunft ungefähr eine viertel stunde wird es dauern eine viertel stunde 15 verdammte minuten es gibt keinen fahrplan daher weiß man nie wann es hier nicht weiter geht jetzt sind nerven aus stahl gefragt denn entlang der strecke gibt es keine schrankenwärter mehr seit die nossen risa eisenbahn kompanie kurz nre die strecke übernommen hat stattdessen läuft es so wenn der zug in nossen startet fährt ein mitarbeiter im auto voraus um hier in deutschen die schranken entlang der ganzen strecke zu schließen auch nötiger gibt es noch nicht da auch um 11 uhr 52 nicht geduld muss man haben geduld und spucke mittlerweile ist es 11 uhr 54 und das nach nur zehn minuten danach passiert nichts das war noch lange nicht dafür sorgt das ausgefuchste neue verfahren der teufelskerle von der nre bei diesem verfahren kann die betreffende schranke erst wieder geöffnet werden wenn das team den nächsten bahnhof erreicht hat es braucht nun mal seine zeit wenn der autofahrer nach dem zug im nächsten bahnhof mildtitz angekommen ist und die schranken per knopfdruck öffnet um 12 uhr 6 ist es soweit nach nur 21 minuten schranke wieder oben zum glück kommen heute nur noch sieben weitere züge ja was es ist so lost ein noch es ist so lost es ist so lost ja was ist jetzt was war jetzt eben vorgeschlagen worden schranken werter ulmann oder wie ein blau mann ja das kenne ich tiefstes niedersachsen im jahre 2006 eine ecke von allen guten geistern verlassen bis auf diesen letzten posten der deutschen bahn wenn über diese schienen ein zug rollt ist ein mann zur stelle schranken werter laumann er bewacht diesen bahnübergang am ende dieser sackgasse bei groß dünn und dieser bahnübergang ist einzig und allein für die bewohner dieses gott verlassenen häuschen star einsamer job das dorf ist ja hier jetzt mehr so linke hand so richtung groß dünn hier so und sonst ist ja hier weiter nichts außer diesen posten und hier diese zwei familien hier drüben ein posten für ein haus mit zwei familien da ist ja heute ein auto ist ja heute noch gar nicht rüber gefahren pferd habe ich glaube ich heute auch noch nicht gelöst wenn ein zug kommt muss schranken werter laumann so schnell wie möglich wenn dann also hinzu kommt muss jeder handgriff sitzen denn jetzt zählt jede verdammte sekunde alles sauber vorbereitet der zug kann kommen schrankenwerter hocken schranken geschossen in momenten von diesen ist erfahrung gefragt irgendwie die bahnübergang die schicht zu ende laumann ist einer von drei schrankenwertern die hier im schichtdienst arbeiten gleich kommt die ablösung Alfred Laumann hat Feierabend und fährt zu Hause und so überquert heute dann doch noch ein Auto die Schiene. Nachdem die ihre Staschen. Also, wie gucken wir uns jetzt erstmal das Nazi-Kind-Zeichen an? Was ist hier für Videos hier wirklich? Also, man kann hier halt einfach einen kompletten Stream verbringen. Sechs Stunden einfach Videos gucken. Das ist Volker Krüger, ehemaliger Theaterdirektor aus Glauchau. Das rechts neben ihm ist sein Auto und das da ganz rechts ist sein Auto-Kennzeichen. Volker Krüger ist eine Gefahr für die innere Sicherheit Deutschlands. Schuld daran ist dieses Kennzeichen, obwohl es ihm ursprünglich von der Zulassungsstelle zugewiesen wurde. Seit 15 Jahren habe ich das Nummernschild, melde das immer im Sommer ab, im Winter wieder an. Kein Problem, lass das reservieren beim Landratsamt. Und diesmal wurde mir gesagt, das bekomme ich nicht wieder, das verstehe ich überhaupt nicht. Dabei ist es doch extrem einfach zu verstehen, wer hier Recht hat. Wir haben die Palette der Kennzeichen oder der Zahlen, die in bestimmter Kombination nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet, haben wir einfach reduziert. Und das Kennzeichen von Volker Krüger lässt sich eindeutig in die rechte Ecke stellen. Das ist für mich ein ganz normales, solides Nummernschild, was seit 15 Jahren existiert. Was ist daran, was ist daran ein Nazi-Schild? Und keinerlei negative Ausstrahlung hat. Aber Herr Krüger, gucken Sie sich das doch mal ganz genau an. Ist doch klar, was hier Nazi-Gedankengut ist. Hoppla, was ist es denn jetzt genau? 28 ist es. Ey, was steht denn? Äh, das steht für BH. Warum? Moment. Das ist die 28. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht genau, was genau die 28 heißt. Könnten wir recherchieren und nachkommen? Oh ja, gucken Sie doch mal. Äh? 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 Das steht für Blindenhunde. 20 Sekunden, dann finden Sie es doch bestimmt raus, hm? Jetzt sind wir da. Die 28 steht auf Deutsch für Blut und Ehre. Und Blut und Ehre ist eine verbotene, rechtsextremistische Organisation. Und was hat die 28 damit zu tun? Fragen Sie mich bitte nicht. Das ist einfach so. Genau, das ist einfach so. So nämlich, die 2 steht für das B im Alphabet. Die 8 für das H ergibt B und H steht für Blood and Honor, Blut und Ehre. So löst der Landkreis Zwerger das Nazi-Problem. Toll finden auch Anti-Rechts-Aktivisten. Der Rechtsextremismus wird dadurch um kein Deutsch weniger. Jetzt mal richtig auf Deutsch gesagt. Wie finden Sie das? Scheiße. Jetzt mal richtig auf Deutsch gesagt. Wie finden Sie das? Sollte man nicht sagen, ne? Doch, sollte man. Nur nicht. Die 14, die 8... Was ist die 14? A, B, C, D... A, D... Die 28 und die... 18? 18 kann ich ja irgendwo verstehen. A, D... 88. Also alles mit 8, 8 und 4. Und warum jetzt die 14? Ich bitte das nicht. Das hat schon gesagt. Schönen Bild. 11, 23, 6 KWF. Keine weiteren Fragen.